Hi Leute, hier ist wieder euer App-Tester und ich habe ein neues App für euch, beziehungsweise gleich 3. Es ist jetzt eigentlich kein richtiges App-Review, sondern es ist auch kein Tipp, aber fangen wir jetzt mal an. Und zwar sind das die Gameboxen, einmal Gamebox 1, das war die Polizei. Und zwar ist an den Gameboxen toll, deswegen will ich sie euch empfehlen. Denn diese Firma verkauft alle Apps einzeln für 79 Cent. Und ihr könnt euch die Gamebox nur, wo 40 Spiele drin sind, für 1,49. Also, wir können uns das gerade mal angucken hier. Alle Spiele von denen sind hier drin, aber nicht nur in dieser. Deswegen gibt es hier noch die Gamebox 2. Die Gamebox 1 Elite ist nur dafür da, Punkte zu sammeln und Upgrades zu kaufen für die Spiele, wie zum Beispiel bei Dino Cap jetzt 2.000 Dollar. Und ja, hier ist Gamebox 2, ein bisschen anders gestaltet, aber auch von den gleichen Machern. Und das solltet ihr schon gewesen sein mit diesem Video, leider war das jetzt nicht so lang. Ich wollte euch nur mal empfehlen diese App und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ciao Leute. Ciao Leute. Ciao Leute.